jetzt haben wir hier ein funjet mit mit impeller mit wie viel s? mit 4 s ist der leise das ist ein künftchen dabei? mit aktive water spray muss ich jetzt feuer rutsch prüfen? da geht der richtig los? nein, du machst es rauf und dann flüttet es das ist die höhere Ansehnung des Krafts 180 das sind die Dinge nach dem Winter mit der Blätter voll verboten dann leise ist er, ne? sowas von leise äh, wieviel Blatt Impeller? elf elf Blatt Impeller der neue Evo von Vemotec von Vemotec der neue von 99 Euro zusammen mit dem Auto mit dem Auto und dem Motor 99 Euro, mit Motor der Impeller aber der Akku ist schon ein bisschen mauer die Zellen sind ja gar nicht schön das ist ein 70er Impeller, ja? ja der Akku ist ja einer von den beiden, von den dreien ist in der Hüfte der Akku ist am Ende ja ich lande ich eier mal noch ein bisschen rum oder es geht da kann noch ein bisschen Kompat fliegen hier unten hm ich muss auch von kurz hm 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 ja hm 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 Das war's. So leise. Wenn du dich nicht mehr gut hörst, so wie ich, wenn du mal eine Fälle versagt und du bist weiter weg, dann merkst du nicht, dass er nicht wiederkommt. Jetzt hörst du ja schon nichts mehr. 50 Sekunden. Guck mal, langsam vorbei. Schönes Move. 40 Sekunden. Na, der hat mich im Einwand an den Wegschmeißen. Guck mal runter. Okay. Landung. 30 Sekunden. Landung. Da ist den Segel ja getrieben. Ja, kein Wind. Null. Ja, das ist heimtückisch. Wenn du gar keinen Gegenwind hast, dann gleitet das Ding ohne Ende. Weiter versuche ich nicht mehr. Alles raus. Groß machen. Perfekt. Mal kurz nochmal einen Blick draufwerfen, wie das Ding aussieht. Ja. Lass das Ding jetzt hoch hier. Ja, mach mal, mach mal. Wartest du, Roland? Nein, ich warte.